Nibel Media. Bei uns lesen Sie genau richtig. Ich bin Andreas Robens und hier hole ich gerade meine Frau ab. Meine wunderbare Frau wartet schon auf mich. Na, wo bleibt sie? Da kommt sie. Ja, ich bin Caro und habe auf meinen Ehemann gewartet, bis er mich abholt. Wir wollen jetzt mit dem Jeep losfahren. Wir wollen ins Delta. Und da treiben wir Sport. Nicht so, wir ziehen uns noch um. Ja, hier sind wir beim Sport im Delta. Wir brauchen diesen Sport eigentlich täglich. Hier sind wir mit unserem Hund hier viel unterwegs. Mit dem wir dort spazieren gehen, Luft tanken, Energie tanken. Ja, zwischendurch eine kleine Fitnesseinlage betreiben. Und halt eben ganz viel Energie sammeln. Dort haben wir auch unser Buch zum Teil geschrieben. Wir haben die ganzen Ideen gesammelt, was ihr jetzt bald bei Nibel Media, dem Promi-Verlag, kaufen könnt. Es ist natürlich eine super Kulisse. Es macht Spaß hier im Delta. Man ist draußen, man ist in der Natur und kann hier natürlich viel erleben und viel machen und auch viel Stoff für unseren Buch sammeln. Man kann einfach seine Gedanken freien Lauf lassen und hat mal etwas Zeit für sich. Unser Iron Gym ist natürlich unser Baby, wo wir die meiste Zeit am Tage die Zeit verbringen, wo wir trainieren, arbeiten, Freunde treffen. Dort haben wir die schönsten Momente und die schlimmsten Momente erlebt. Dies könnt ihr auch alles in unserem Buch natürlich lesen. Trainiert wird eigentlich jeden Tag. Wir sind hier in unserem Studio. Wir haben hier sehr viel erlebt. Wir haben den Laden nach oben gebracht. Wir haben hier gefeiert. Wir haben geweint. Und sammeln trotz allem dadurch unsere Energie für den nächsten Tag. Das Iron Diner ist definitiv mein Baby. Ich liebe es über alles. Die Geschichten vom Iron Gym und vom Iron Diner werdet ihr erfahren in seinem Buch Licht und Schatten auf Mallorca im Promi-Verlag Niebe Media. Und auch für die, die das Buch vielleicht nicht lesen wollen, sondern vorgelesen kriegen wollen, auch ein Hörbuch ist in Arbeit und wird hoffentlich bald, ganz bald erscheinen. Beim Promi-Verlag Niebe Media natürlich. Wo sonst? Wir haben auf Mallorca viel erlebt und werden es in dem Buch veröffentlichen. Das Problem mit einem Stellikopant im Promi-Verlag Niebe Untertitelung des ZDF, 2020